Hallo und herzlich willkommen zur Round 2 von SketchLeague mit dem selben Team wie vorher, dem Kevin, den Marvin, den Terrence und den Mikey. Hallo. So, und ich bin dran mit Marlen, mal gucken, ob ich das mit hinkriege. Was? Du im Gewehr, Alter? Ich würde gerade sagen, das ist jetzt einfach, glaube ich. Hä? Ich habe falsch geschrieben. Was schießt der denn da, Alter? Sie schießt in die Ecke. Ach, Ketlin, oh. Ich war nicht an deinem Typen, ich habe keinen Titten gesehen. Waren da Titten? Ja. Waren da. Aber ich war mir zu klein anscheinend. Oh, das tut mir leid. Oh, fehl, das war richtig bitter. Oh, ich dachte, wegen dem Hut alleine merkt man doch schon, wer das ist. Ja, ich dachte, Jorik. Der hat auch so einen Zylinder, ja. Der hat auch so einen Zylinder. Ja. Ich habe Jorik geschrieben. Und dann war ich schon beim Mann, da habe ich gar nicht mehr auf die Titten geguckt. Ja, hör. Ah, nee. Ein mit zwei Enden. Ah. Nee, schade. Was ist das? Was ist das? Treppt man den denn? Nee, ist es doch nicht. Oder doch. Äh. Ey, bei mir ist das Shit gerade verpackt. Noch mal. Nein. Rebring, yo, Leute. Lass mich malen. Wetz! Alter, gibt's doch nicht. Was? Ey, ich musste gerade, ich musste, ich musste gerade, ohne Scheiß, ich musste gerade, ich habe ja F5 gedrückt. Ich sah nur noch dein Pfeil da. LOL. Mal. 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 Weil ich sonst den Chat nicht gesehen habe, was sie so schreibt. Und es bringt ja nichts mehr, wenn ich was doppelt schreibe. Joon. Machen wir euch fertig. Gar keine Ahnung. Ich kann doch einfach nicht mal die Form malen. Nie. Mal. 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 Ich war gerade sagen, du mal halt immer den komisches Männchen da und dann... Das ist nicht mal seine finale Form. Das sieht aus wie das Männchen von... Warte, ey. Ich muss ja überlegen gerade. Sieht auch aus wie das plädste Männchen von Shrek. Haha. kann ich die farben ändern leider nicht mann relativ selten ich weiß auch nicht so ein bisschen verbuggt leider manchmal gehe ich manchmal nicht das finde ich gut das ist was ja ich mal ich mal einfach ich mal irgendwas hat man gemerkt also das ist oh mein gott ich weiß wer das ist ja ich weiß nur dass er so einen scheiß schwarzen ja uns und sind wo ja den hättest du vielleicht mann ey what the fuck das icon von dem ist doch einfach so ein schwarz weiß gezahltes ding da ich habe auch zu lange im prinzip kein neu mehr gespielt das ist ein morgana ok keine ahnung halt im kleid wieder letzter also ich hab's erkannt also bitte wie sandra ja gut der geht so ab davon das hätte man vielleicht mit kriegen können vielleicht sollte ich mal fünf runden afk gehen oder so das wäre eine gute idee wieso wieso ist deine schleife auf dem kopf das ist der typ da steht das war mal richtig gut aber dann kam dieser pfeil und die schleife auf dem kopf jeder tut das war bestimmt der worst prom ever alter prom mit ne schleife auf dem kopf der hat überhaupt nen hut der hat eigentlich gar nix auf der hat ein schnurrbart warte mal kann ich das weg machen kann ich das weg machen kannst alles deliten das soll so ein tier sein alter schwede kompenschleife auf dem kopf was sind das für füße ey keine ahnung der körper kommt dann auf die rechte seite oder was red man oder was wieder mal feed halt weil der halt wurde ja auch schon geschrieben was ist das für einer was kann man erkennen ein bisschen oder ja aber dann ist es zu einfach da machen das doch alle mir wird so was mal helfen wenn ich dran bin nicht so ich bin auch nicht drauf auf die glocke ja noch schlechter als ich was was halt auf wie kommen bro ohne scheiß wer wer du malst du das ist wie gold das ist ja wie so ein zwar wie so wie so ein goldfisch der laser strahlt schießt fast wie du kann muss kurz raus wir machen gerade auf wir machen gerade aufnahmen das ist ja nett also treiben ist erkannt also bitte nicht mehr lernen hi tschüss jeder weiß was fast wie ist was ist das das ist das ist freezer das ist freezer das ist ein künstler was ist das erkennt ihr das echt nicht ich weiß nicht was denn noch was ach warte ach warte wie heißt der denn noch mal zu h ja Mist ey ja 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 cheat 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 ey deine krabbelviecher haben es den ausgang gegeben warum macht der denn sonst raus war das nicht ausm mund keine ahnung das ist keine tigarre das ist einfach ach keine tigarre hä nix Das erkennt man schon sofort an der Nase. An der Nase. Alter, Junge, wer meinte grad? Ich. Alter, die Mausen. Alter. Doch, doch, doch. Oh, ich dachte erst noch, aber... Alter, Junge. Lass ihn jetzt auch was werden. Ich bin gar nicht so schlecht. Ich bin nur 20 Punkte hinter dir, Julien. Boah, die Runde ist vielleicht sogar nicht letzter. Mal gucken. Wenn Marvin weiter scheiße spielt, dann habe ich Chancen. Boah. Ah. Ähm. Was ist das? Kripp, Alter. Warte, warte, warte. Was? Er springt in das Loch. Das ist ein Motorrad. Hä? Ah, ich weiß es. Danke. Nee. Was? Alter. Oh mein Gott. Alter Marvin, ohne Scheiß, wie malst du den denn? Ich weiß es. Jetzt habe ich auch. Ich muss das mit dir zeigen. Das rechts ist mega hilfreich. Ja. Aber auch nur deswegen. Alter, ohne Scheiß. Wie kann man das anzeigen lassen? Wie kann man das anzeigen lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr richtig im Kopf, wie man das... Kannst du das Bleist halt anzeigen lassen? Ja, das ist aber kacke. Kann man das anzeigen lassen? Ähm. Bei den Namen, wo du es steht, da ist so ein kleines Fragezeichen. Oh. Oh, so. Junge, Alter. Ist das ein Messer? Wert. Warte, Strichmännchen. Ja, mit Riesen-S***ert. Wert. Hey, im Ernst, Mann. Die Runde geht gar nichts bei mir. Oh, ich glaube, das hat es gleich verbessert. Wut? Was soll das da recht? Beautiful. Wunderschön, oder? Ach, ja. Dann ich mal Splash-Up, oder? Ah, lucky. Boah, ich bin Zweiter. Noch 100 Punkte. Terence, lässt nach. Easy. Ja, ein bisschen, ne? Hm. Okay. Wer ist das, was kann ich? Ähm. Was ist das? Du, Alter, what the fuck. Ah. Was? Ah. Als erstes dachte ich so, what the fuck ist das denn? Alter, das war doch einfach. Picasso. Ja. Wie viele Punkte er jetzt einfach schon wieder hat? So einen, weil so ein, so ein Malen-Gewinn. Nee. Das ist doch nicht, ey. Boah, ich, ich male mal das, aber das stört euch eigentlich. Wie erkennt der so, dass... Oh, meinst du sowas, was anderes? Trotzdem ist Marvin letzter. Nee. Aber das macht der noch nicht so fertig. Der hat auch Gefühle. Was? Das ist ein schöner, un-un-ebener Kreis. Du hast doch gesagt, 6. Keine Ahnung, die Kopfform. Was? Den Teller auf dem Kopf. Den Teller auf dem Kopf. Eindeutig. Äh. Hä? Was? Hä? Der Hut ist ja wohl eindeutig. Hä? Aber du. Was ist das? Was soll das da hin? Der Hut? Hallo? Ja, mach ihn doch besser, komm. Keine Ahnung. Hä? Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Hä? Das ist so, stopp. Da fehlt was, Mann. Kannst doch nicht einfach... Was soll, was kräht denn da? Die Schaufel, die Schaufel, Mann. Die hab ich ja eben schon gehabt. Da war das ja viel zu einfach mit der Schaufel. Ja. Ja, da kann ich einfach nur eine Schaufel machen. Da war doch die Ghoul, eindeutig. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Geister. Ja, sie sind das doch. Ja, wir sind anspruchsvoll. Geh im Mund auf. Lächelt auf jeden Fall. Der Mund ist geil. Oh Leute. Da ist wie ein Bart oben. Das ist ja mehrere Augen. Eine Frau. Oh? Wer erkennt das denn? Hallo Jungs, was ist das denn? Komm, das könnt ihr erkennen, alter Leute. Ah gut, das ist ja. Mikey, die Ohren, die Nase. Was? Artist left it. Bleib mal noch ein bisschen weg. Anni? Oh no. Wie kommt man denn so schnell auf die Anni, Alter? Also voll schlecht ist auch nicht. Also, das war perfekt gezeichnet, sorry. Ja, Mädchen. Ja, gut danach, der Bär, der hätte man vielleicht ein bisschen drauf kommen können, aber. Ja, genau. Aber das, weiß ich nicht, knapp dann. Ja, 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 ja. Ich hab dann gedacht. Cheat, cheat, cheat. Können wir eigentlich AFK gehen, das erkennen wir so oder so nicht. Ein Schwert. Gott, alter. Okay. Vielleicht doch kein Schwert. Das wäre denselbe. Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Hä? Fette ADC. Oh, die Kappa auch. Oh, fuck. Das ist ein bisschen... Das ist ein dicker ADC. Ihr kennt den dicken ADC. Ein fetter. Oh, oh, warte, 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 stopp, stopp, stopp. Okay. Stopp. Stopp. Weg. Stopp, stopp. Alle aufhören zu tippen. Stopp. Ripp. Das ist auch noch besser. Nein. Man, das ist kein dicker ADC. Kein dicker Webgear. Das soll ein Brust sein, okay? Okay. Okay. Kommt damit klar. Deine Hände? Alter, was? Das ist... Als ob das jetzt besser ist. What the fuck? Holy shit. Als ob das die ist. What the fuck, Marvin. Marvin, du bist so ein Bob, ne? Oh man, das sieht immer aus wie ein Bogen. In der ganze Zeit, ne? Oh man. What the fuck? Wie kann das Jura sein, man? Der Mann, der ist immer ein Bogen und auf einmal ein Schwert. Sorry, man. Ich bin nicht so der beste Zeichner. Erwartet auch keiner. Gut. Er ist erkennt. Hä? Ähm. Ah! Nein! Voll verschrieben. Nein. Jetzt. Blöde. Alter, dreimal verzippt. Ich bin Frau auf dem Auto. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott. Das Ding, was er davor hat, ist richtig gut. Ja. Oh, okay. Ich wollte, ich... Hätte ich das Schwein jetzt gemacht, hätten alle Cedro Anni sofort gehabt, deswegen... Ja. Deswegen hast du lieber eine Frau ohne Ticken auf dem Auto gemacht, das ist gut. Ja. Es gibt nur wenige Leute auf dem Auto. Gibt's eigentlich schon Skins für die mit dem Auto, ne? Das wär so geil, ey. Das müsste man mal bringen. Das wär doch cool. War halt so ein 1.800er oder was das ist. 1.000 Dollar Skin. Oder 3.000er Skin. 1.000 Dollar Skin. Wie denn? Wie? Durch dieses Viereck. Auf der Stirn. Ich hab auch gedacht, dass du es meinen musst, deswegen... Nein, wie kommst du drauf? Jetzt wird's easy. Jetzt malt er wieder seinen Körper. Jetzt kommt Standardkörper. Der Kick sucht den Mann aus Shrek, Alter, Leute. Oh Mann, ey. Okay. Echt? Echt? What the fuck? Hä? Das ist... Das ist... Das ist gut. Ja, nicht schlecht. Ich würde da mal noch was zumalen. Okay, ich hab keine Ahnung. Ich würde da auch zumalen. Also Minions oder so, die du mitportest. Wenn ich da zu viel male... Eine Schriftrolle hättest du machen können. Ja, und auf dem Rücken. Oh, das ist ein Wild-Toucher-Chem. Das sieht man doch schon. Nein. Nicht? Okay. Einmal Dinge. Okay, das ist schlecht. Warte. LOL. Okay. Das ist kein Bogen, okay? Kein Bogen. Das ist ein Einhorn. Und... Hup, wie? Sporting. Ich bin vor. Leona, LOL. Ich bin vor dir. Du bist der erste, Julian. Das ist die letzte Runde. 20 Punkte. Wie viel kriegt der zweite? Nee, nee. Der erste 100. Und der zweite kriegt nicht viel Punkte, weil... 80. 90. Also könntet ihr jetzt, wenn ihr erster und zweiter werdet, andersrum seid hier. Okay, also. Jetzt kommt Picasso. Da ist... Okay, game over. What the fuck? Easy. Was? Was, wenn das jetzt... Alter, ohne Scheiß. Echt jetzt? Das wird ein Unentschieden. Das gibt's gar nicht. Ja, das wird ein Unentschieden. Wo ist die Narbe im Gesicht? Das ist aus wie Lego, Alter. Was soll das sein? Das war Draven. Dravens Kopf. Draven, wachst du das hier. Ja, da würde ich sagen, wir teilen uns den ersten Platz, ne, Terrence? Ja, das macht ihr. Das ist doch mal eine schöne Runde. Und der letzte ist natürlich der Marvin. Unser... 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 Unser Picasso 2.0. Ja gut, wenn's euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und schaut beim nächsten Mal rein. Ciao, ciao. Ciao.